Die Distanz im geheimnisvollen China der Antike war für Europäer eine Art überraschendes und mysteriöses Land. Dies ferne Land lebte gemäß seinen Bräuchen und Traditionen, die oft für Europa schockierend waren. Dies galt insbesondere für verschiedene Kardinalfreuden, die zuweilen in Europa tabu waren, und es war, gelinde gesagt, nicht akzeptiert, sie zur Schau zu stellen. Die Gastgeberfrau, für den Reisenden, wurde aus irgendeinem Grund in China praktiziert. Wenn ein Reisender an einem abgelegenen Ort blieb, konnte der Besitzer seine eigene Frau zum Schlafengehen anbieten. Erstens glaubte man, dass Reisende auf diese Weise Glück in die Familie bringen, und für die Armen galt es als ehrenhaft, ihre Frau einem Reisenden zu geben. Der zweite Grund war eher einfach. Es zielte darauf ab, das Blut zu verdünnen und den Genpool zu verbessern. Um der Gerechtigkeit willen muss gesagt werden, dass dies nicht nur für das asiatische China typisch war, sondern auch für andere persönlich bevölkerte Orte, wo Inzest zwischen Verwandten zu Degeneration und genetischen Abnormalitäten führte. Ein Bruder ist ein Muss für eine Prinzessin. Diese Tradition war nicht typisch, wurde aber vor mehr als tausend Jahren nachgewiesen. Prinzessin Chang-Yuin wurde in Song Disney geboren und würde sich durch ihre unglaubliche Unersättlichkeit in Liebesfreuden auszeichnen. Die Gesamtzahl der Männer, die die Prinzessin besuchten, ist unbekannt. Es ist nur für den reichsten Bruder bekannt. Für die Prinzen gab es immer einen separaten Raum und ein Bett, an das gleichzeitig 30 Männer angehängt waren. Sobald die Tochter des Königs ankam, waren alle Männer verpflichtet, sie mit der ganzen Menge zu erfreuen. Es ist schwer vorstellbar, wie das passiert ist, aber die Geschichte hat diese kuriose Tatsache für die Nachwelt bewahrt. In Debussy, für den Kaiser strikt nach Plan im asiatischen China am Kaiserpalast arbeiten speziell ausgebildete kluge Menschen hart daran, Pläne für den Kaiser vorzubereiten. Einige dieser Pläne betrafen die Nähe des geliebten Kaisers zu seinen Konkubinen bei Vollmond. Beispielsweise war es Zeit für einen Wipp-Gast im königlichen Bett. Es war natürlich die Kaiserin selbst. Die Chinesen glaubten, dass in einer solchen Nacht alle Kräfte förderlich für die Empfängnis eines Thronerben sind. Nachdem die offizielle Frau den Wunsch erhalten hatte, wurden die nächsten zwei Tage nach dem Vollmond die geliebten Konkubinen des Mondes in das Schlafzimmer des Kaisers eingeladen, und das nicht allein, sondern gleich drei jede Nacht. Und erst danach durfte der Rest der Heldin in die Gemächer des Kaisers. Bis zu zehn Frauen konnten ihren Maestro jede Nacht gleichzeitig besuchen. Es ist schwer nachzuvollziehen, wie der Kaiser selbst all dies ertragen hat, aber es ist eine Tatsache, dass die Korruption im Harem blühte. Schließlich versuchte jede der Konkubinen, so oft wie möglich mit ihrem Meister im Bett zu sein, und dafür war es eine gute Möglichkeit, die weisen Planer zu besänftigen oder zu bestechen, die den Zeitplan des Kaisers für den Monat erstellten. Quelle der Langlebigkeit Jeder Adlige träumte natürlich davon, länger zu leben. Daher gab es in China viele Möglichkeiten, die Lebensjahre zu verlängern. Es wurde zum Beispiel geglaubt, dass eine Nacht mit einer Jungfrau förderlich für die Langlebigkeit war. Der Anfang dieser Tradition wurde vor mehr als zweieinhalbtausend Jahren vom Gelben Kaiser gelegt. Der glaubte, dass er durch den Schlaf mit tausend Jungfrauen die Unsterblichkeit erlangen könnte. Übrigens gibt es dank dessen einen ganzen Abschnitt der Intel-Praxis, der der Intimität mit Jungfrauen gewidmet ist. Dort wird zum Beispiel gesagt, dass, wenn ein Antragsteller keine tausend erreichen kann, er dennoch für eine sehr lange Zeit leben wird. Nach inoffiziellen Daten versuchte der große chinesische Führer Mao Zedong ebenfalls aktiv, die Unsterblichkeit zu erlangen, aber, wie wir wissen, scheiterte der Versuch. Obwohl nicht klar ist, wie dies eine historische Tatsache ist. Männliches Jing galt als vitale Kraft, und je mehr ein Mann diese Vitalität verschüttete, desto weniger blieb ihm. Daher wurden jegliche Liebkosungen einer Frau, Spiele und so weiter, die zu einem weiblichen Orgasmus führten, als etwas Gutes und Nützliches betrachtet. Allerdings konnte laut einer Tau eine Frau im Gegensatz zu einem Mann ihre Energie ohne Angst vor Erschöpfung verschwenden. Wie eine Frau es nicht peinlich finden würde, ihr Jing zu verschwenden, denn die weibliche Quelle vitaler Energie wird nie versiegen. In der Tat überreichten vor der Ehe Verwandte auf beiden Seiten den jungen Menschen Zeichnungen, in denen alle Prozesse des Geschlechtsverkehrs schrittweise dargestellt waren. Und natürlich zielte die Prämere-Tel-Bildung darauf ab, jungen Menschen beizubringen, welche Positionen in dieser Hinsicht am besten funktionieren würden. Die Bildung in Asien und China war sogar fortschrittlicher als in der modernen Welt. Pharmazeutika Angesichts der Einstellung zur Intimität selbst ist es nicht überraschend, dass die Chinesen aktiv an der Erforschung und Produktion einer Vielzahl von Stimulantien beteiligt waren. Medikamente und Heilmittel wurden auf der Basis verschiedener Kräuter hergestellt, ebenso wie Schwefel, Holzkohle, Zimt, natürlich Ginseng und Algen. Außerdem verwendeten asiatische chinesische Apotheker aktiv verschiedene Extrakte von Tieren, die Sekrete der Person selbst, Hörner und sogar den Kot einiger Tierarten, die als kräftigend betrachtet wurden. Es mag unglaublich erscheinen, aber in Asien war die Praxis, die Anzahl der männlichen Jade-Stäbe zu erhöhen, weit verbreitet. Die Spender waren Kriminelle, Militärangehörige und solche, die freiwillig die Pflichten eines Eunuchen übernahmen. Medizinischer Rat Gemäß der Tau-Theorie konnten bestimmte Krankheiten durch Nähe in genau definierten Positionen geheilt werden. Und wieder wurden die Mechanismen und Techniken selbst von chinesischen Ärzten auf die gründlichste Weise erforscht und beschrieben. Zum Beispiel glaubte man, dass es für die Gesundheit und Langlebigkeit eines Mannes ideal ist, wenn der Partner halt so alt ist. Wenn der Partner jedoch älter ist, ist dies wirklich schlecht und wird nicht in etwas Gutem enden. Harmonie im Kampf zwischen Yin und Yang kann erreicht werden, wenn ein Mann doppelt so alt ist wie eine Frau. Wenn eine Frau doppelt so alt ist wie ein Mann, wird er beim Geschlechtsverkehr leiden. Kaiserliche Vergnügen Wenn man über den Gelben Kaiser spricht, in dessen Harem es laut einigen Quellen 1200 Konkubinen gab, darf man nicht vergessen, den Kaiser Sui Yangdi zu erwähnen, der im 7. Jahrhundert nach Christus lebte. Ein Sohn des Himmels baute einen riesigen Drachenpalast, entlang dem er von all seinen Konkubinen begleitet spazierte. Für den Fall, dass die Leidenschaft plötzlich aufflammte, wurden entlang des Weges mehrere spezielle Pavillons errichtet, in denen der Kaiser sein Team entlassen konnte. Dann entschied der Kaiser, eine Reise zu machen, indem er eine Flotte von beispiellosem Luxus baute. Durch die angenehmen Erinnerungen an die Intimität während des Seegangs sehen Sie, Yangdi. Nach der Rückkehr baute Audrey eine holprige Straße vor dem Palast. Später baute er ein Labyrinth, in dem schöne Konkubinen in abgelegenen Ecken lagen, immer bereit, ihren Kaiser zu erfreuen.